Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz ganz herzlich in meiner Welt. Heute werfen wir einen Blick in die Juli-Version der Trend Raider Trend Box. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, jeden Monat überrascht uns die Trend Raider Trend Box mit Trendy Accessoires, die halt auch nachhaltig unterwegs sind tatsächlich, was ich sehr schön finde. Und da sind mindestens 10 Produkte drin aus den Bereichen Wellness, Lifestyle und Food, müsste das sein. Ich bekomme sie in der Kooperation zugeschickt, deswegen könnt ihr halt auch mit Claudi 15, das sind 15 Prozent, könnt ihr dann auf die erste Box sparen. Die kostet nämlich ab 29,95, ist damit eine relativ hochpreisige Box, vor allem, weil es ja monatlich dann auch erscheint. Also ja, ich setze euch das alles mal in die Infobox und jetzt schauen wir mal zusammen rein, ob sich das dann auch lohnt, weil das ist auch immer so die Sache, wo ich immer sage, okay, es ist alles schön und gut, wenn Boxen ihren Preis haben. Solange er gerechtfertigt ist, ist es kein Problem. Und ja, dann werfen wir mal einen Blick in die Box hinein. Und da ich euch die Box schon seit einigen Zeiten vorstelle, also ich glaube Jahren, lohnt die sich schon. Sonst würde ich sie halt auch nicht mehr vorstellen. Ich finde, dass wir hier halt auch immer so ein bisschen, man wird auf eine Reise mitgenommen. Man hat ein Motto mit dabei, das Ganze ist sehr, sehr liebevoll gestaltet. Du hast eigentlich auch super praktische und brauchbare Produkte hier drin. Und dann stimmt das Preis-Leistungs-Verhältnis halt auch einfach, ne? Genau, ich entferne mal hier so ein bisschen Füllmaterial und habe dann hier direkt auch schon einen kleinen Einblick. Da steht Beach Wipes drauf. Ich bin mal gespannt, ob wir hier auch Flip-Flops drin finden. Also ich wurde nicht nach meiner Schuhgröße gefragt. Hier habe ich dann auch von der lieben Lilly noch ein Kärtchen, dass sie sich herzlich für die Kooperation bedanken. Von Herzen gerne. Also ich weiß, dass das Trendrader-Boxenteam auch super gerne mein Video dann auch schaut. Und was ich auch interessant finde, diese Videos sind dann ja auch so ein bisschen Anregung. Also nicht nur meins, sondern auch von meinen Kolleginnen und Kollegen. Dass man halt auch so ein bisschen Inspiration als Boxenteam bekommt. Zum einen, was gefällt, was kommt gut an. Und wichtig, Leute, was steht in den Kommentaren? Das heißt, eure Meinung zu den Produkten in der Box, eure Wünsche werden gesehen. Also schreibt gerne rein, was euch fehlt, was ihr richtig geil findet und so. Dafür sind die Kommentare halt auch immer sehr, sehr wichtig unter solchen Videos. Und es ist halt eine Sache, wenn ich euch die Sachen zeige, wenn ich euch die Produkte zeige, die Boxen vorstelle. Aber ich weiß, dass das Trendrader-Team da ganz, ganz heiß hinterher ist, halt auch wirklich sehr intensiv zu gucken, was steht so in den Kommentaren drin. Also haut raus, Leute. Eure Meinung ist sehr wichtig. Genau. Dann öffne ich hier mal den Klebi und habe hier auch den ersten Blick in die Box. Und sehe hier auch sehr interessante Sachen. Okay, also hier haben wir einmal das Heftchen. Das schauen wir erstmal an. Da haben wir eine wunderschöne Frau, die ganz sommerlich und entspannt aus ihrer Kokosnuss trinkt. Das ist halt etwas, was noch auf meiner Bucketlist steht oder auf meiner Löffelliste. Ich habe noch nie so direkt aus einer Kokosnuss irgendwie was getrunken oder so. Okay, was haben sich die Boxenpacker beim Boxenpacken gedacht? Deine Beach Wipes Box. Sommer, Sonne, Strand. Der Juli steht ganz im Zeichen von Beach Wipes. Bei heißen Temperaturen, strahlender Sonne und endlosen Tagen genießt du die Jahreszeit in vollen Zügen. Ob am Meer, See oder im Freibad, in einer Strandbar oder in deiner ganz persönlichen Beach-Oase auf deinem Balkon. Der Sommer bietet endlose Möglichkeiten zur Entspannung. Fühlst du dich auch schon urlaubsreif? Perfekt, denn deine Trendbox verspürt Strandflair und bringt Urlaubsfeelings direkt zu dir nach Hause. Freue dich auf erfrischende Drinks und Snacks, sommerliche Wellnessprodukte und ein ganz besonderes Lifestyle-Produkt. Schauen wir mal, was wir hier so drin finden. Und dann mache ich hier einfach mal das Heftchen so neben mir auf, dass ich euch dann auch parallel so ein bisschen was dazu erzählen kann, würde ich mal so sagen. Und ich gehe auch anhand des Heftchens einfach mal durch, dass wir da auch die Reihenfolge einhalten. Zuallererst habe ich hier was von GOSH drin. Das ist ein Effekt-Powder. Ich glaube, das ist dann also wie ein loser Monolidschatten, ne? In einer wirklich schönen Farbe. Also dieses Blau gefällt mir sehr, sehr gut. Aber zum einen Monolidschatten, mag ich persönlich nicht ganz so gerne. Und lose Lidschatten, Leute, die haben zwar immer eine immense, oder das ist ja wie so eine Art loses Pigment, eine immense Pigmentierung. Und ja, ein 13 Blue Diamond, das passt natürlich jetzt auch zu diesem Sommer, Sonne, Strand und Meer Motto. Ist mit einem wunderschönen Schimmer, aber ich werde den nicht verwenden. Einfach bei Monolidschatten und lose. Das ist nicht ganz so mein Vibe, bin ich ehrlich, ne? Wir haben ja aber noch ein weiteres dekoratives Kosmetikprodukt. Das müsste ich sogar noch da haben, aber ich glaube nicht in der Farbe. Mein New Favorite Lipgloss ist das nämlich von Floss. Und da habe ich auch schon mal einen in einem sehr starken Rosé-Ton gehabt. Und da habe ich ihn noch und fand ihn auch sehr, sehr gut. L.H. Air Opaque Finish. Okay, das ist dann vielleicht, ja, das ist eine andere Farbe. Das ist nämlich so eine richtig schöne Nude-Farbe. Und ich würde sagen, den können wir jetzt ja auch mal direkt auftragen. Ich habe jetzt gerade so ein, ne, aus meinem Project Pen, da hinten jetzt mein Handtuch liegen, drauf. Den habe ich jetzt mal abgemacht. Und dann gucken wir mal, wie der so auf den Lippen ist. Denn ich mag die Konsistenz davon sehr, sehr gerne. Das ist relativ geruchsneutral. Was ganz leicht Süßliches ist mit dabei. Und das ist halt ein richtiger New-Ton. Der ist nicht super krass schimmernd oder so. Das ist eigentlich eher wie so ein, ganz, ganz aufregend. Das ist eher wie so ein Lippenpflegestift. Nur halt in so einer Lipgloss-Variante. Ich lege mal nach. Und der hat nämlich auch was Bräunliches. Aber auf meinen sehr gut durchbluteten Lippen kommt das nicht so raus, ne? Ne, also bei mir sieht das auch wirklich sehr, sehr natürlich aus. Passt zum Look. 1A. Genau, genau mit dem Gesicht. Ist das ein super, super. Also ich finde den schön. Weiter geht die Wildreise. Achso, hier haben wir so ein Kärtchen. Die kann man sammeln. 1 bis 10. Da kriegt man so eine Überraschungsbox mit dazu. Hier habe ich das nächste Produkt. Wir sind noch so ein bisschen im Wellness-Bereich. Da habe ich von Madara. Läuft übrigens im Mai 2026 ab. Also man hat noch zwei Jahre, ne? Die Time Miracle Botanic Retinol Serum Tube mit 4% Retinol Alternative Complex. Ja, würde ich tatsächlich dann auch ein bisschen aufbewahren und jetzt nicht im Hochsommer verwenden. Ja, ich verwende aktuell eine Retinol-Gesichtscreme am Abend. Aber die hat eine sehr dezente Retinol-Konzentration und ist auch wirklich dafür gemacht. Hier steht nämlich Apply Every Morning and Evening. Auf gar keinen Fall. Also für mich persönlich auf gar keinen Fall. Morgens, also das würde bei mir retinoltechnisch eh gar nicht gehen. Wenn dann abends. Und das würde ich dann wahrscheinlich auch wirklich eher so Richtung, ne? Herbst verwenden, wenn die Sonne nicht so hoch steht. Ich habe hier irgendwie scheinbar ein T-Shirt drin. So was finde ich auch immer abgefahren, ne? Weil die wissen doch gar nicht meine Größe, Leute. Hat dann jeder die gleiche Größe wahrscheinlich drin? Das kann gut sein. Ich hatte auch, oh, das ist Größe XL. Das kann gut sein, kann aber auch, ne? Da nach hinten losgehen. Also von vorne ist es einfach ein normales weißes T-Shirt. Und von hinten haben wir Find Your Flow. Das ist von Trendrader selber. Das hatten wir auch schon mal. War das letztes Jahr? Vorletztes Jahr? Ich weiß es nicht. Da hatten wir auch mal ein T-Shirt drin. Das habe ich Ewigkeiten auch als Schlaft-T-Shirt verwendet. Einfach, weil das ein bisschen zu groß auch für mich war. Boyfriend-T-Shirt. Leave on footprints. Ne, leave only footprints. Das sagt mir nichts. Okay. Ja, ein Boyfriend-T-Shirt. Ich weiß nicht. Vielleicht möchte mein Freund das auch anziehen. Vielleicht passt ihm das. Wenn er das möchte, Find Your Flow würde auf jeden Fall zu ihm passen. Ich glaube, er lacht, wenn er das sieht. Ich sage nicht viel über meinen Freund, ne. Aber es würde allein zu seinem Beruf sehr gut passen. Okay. Dann suche ich jetzt mal ein kurzes Produkt raus, was man auch mit drin hat, wenn man ein 12-Monats-Abo hat. Denn dann bekommt man die Box nicht nur halt günstiger, sondern man bekommt auch jeden Monat ein Goodie mit dazu. Also ein zusätzliches Produkt. Da habe ich Feeling Zauber der Düfte Cola Duftkomposition Natur für mein Leben hier drin. Das scheint so was für so eine Duft-Öllampe zu sein, was ich ja ganz cool finde. Ich habe eigentlich aktuell so diese Duftwachse von Miss Curly Wachs in Anwendung, die ich richtig gut finde. Und die auch sehr, sehr gut unsere Wohnung befüllen mit einem fantastischen Duft. Und die echt lange halten. Also, ne, bis ich mal so einen Duftwechsel habe, dauert das. Und, ja, genau. Hier haben wir dann einfach Cola, witzigerweise, als Duft. Möchte ich so was als Raumduft haben? Weiß ich nicht. Weiß ich wirklich nicht. Finde ich ein bisschen crazy, muss ich sagen. Also vielleicht hätte ich mir hier eher so was Richtung Beach-Vibes, so ein bisschen was. Wisst ihr, wenn man halt am Strand ist, es riecht ja auch am Meer ja auch ganz besonders. Das ist diese salzige Luft, dann vielleicht so ein bisschen aufgewirbelter Sand. Wasser hat jetzt eigentlich keinen Eigengeruch, aber das, was die See halt so bringt, man möchte es ja leichte Meeresbrise nennen, aber vielleicht ist es dann auch so ein bisschen algig oder so. Das wäre halt etwas gewesen, wo ich mich mega drüber gefreut hätte, wenn das drin gewesen wäre. Weil Cola finde ich jetzt so ein bisschen random, sag ich mal, ne? So, ich blätter um und komme jetzt auch auf die nächste Seite. Da geht es jetzt viel um Food. Also ganz viele Beauty-Produkte hier auch mit dabei, ne? Da habe ich von Azao, von Natur aus Wach. Ja, das brauche ich jetzt um halb zehn abends nicht trinken. Pink Grapefruit mit Guarana. Das ist ein Erfrischungsgetränk, was man dann auch bestenfalls in den Kühlschrank packen sollte. Kommt auch gleich in den Kühlschrank. Und ich trinke sowas ab und an mal. Mein Freund mag das auch so ganz gerne. Also bei uns wird sowas definitiv getrunken. Also von daher ist das eine ganz schöne Sache. Trinken wir jetzt nicht in Maßen, sondern, ach Quatsch, in Massen, sondern in Maßen. Wir trinken es nicht in Maßen, wir trinken es in Massen. Paletten stehen unten. Nein. Genau, und ja, finde ich aber cool. Also sowas mag ich persönlich auch viel, viel lieber in solchen Boxen drin haben, als jetzt irgendwelche alkoholischen Getränke oder so. Auch wenn das jetzt nicht so unbedingt das gesündeste sein wird vom Zuckergehalt oder so. Dann habe ich hier was, das finde ich, das habe ich eben schon gesehen, richtig süß. Von Birkengold. Ein Xylit Lolli Himbeere. Das finde ich crazy. Zuckerfrei, Vitamin C, D und Zink. Thymian und Salbei ist damit dabei. Lolli, Leute. Ich habe letztens noch so hier Bock auf Lollis gehabt und jetzt freue ich mich, dass ich hier einen drin habe. Schaue ich mir auf jeden Fall mal geschmackstechnisch an. Kann ich euch vielleicht auch mal einblenden, wie er so war. Und Thymian und Salbei ist halt auch sehr gut für die Stimme und ich rede halt viel. Also hier, ne, wenn ich drei Tage habe. Deswegen für so zwischendrin kommt das, glaube ich, ganz gut. Dann gibt es etwas, da könnte man aber verschiedene Alternativen drin haben. Und zwar Cerealien. All good, original, organic, cereal, goodness, no refined sugar. Also ohne raffinierten Zucker ist das hier eine ganz große Cornflakes-Packung. Und hier haben wir dann die Cornflakes. Das sieht schon sehr gesund aus, wenn ich das mal so sagen darf, ne. Bin ich gespannt, wie das so schmeckt, weil da steht jetzt nicht irgendwie, was das für ein... Komm, wir können das ja mal probieren. Also, ne, bis Oktober ist das übrigens haltbar. Ne ganz, ganz dezente Süße ist mit dabei. Hat auch ein bisschen was Keksiges, finde ich. Das wird wohl mit Datteln gesüßt. Das finde ich auch interessant. Also, es schmeckt schon, ne. Kann ich mir vorstellen. Vielleicht, wenn man das halt auch zusammen... Äh, ist auch essen. Vielleicht, wenn man das halt auch so ein bisschen kombiniert, Entschuldigung, mit einer Banane oder ein bisschen frisches Obst reingeschnippelt oder so. Ich glaube, das kann richtig gut werden. Ähm, das schmeckt jetzt nicht wie bei klassischen Cornflakes, ne. Die haben ja wirklich gar nicht so einen großen Eigengeschmack. Hier hast du schon die gewisse Süße mit dabei. Und ich mag es schon. Ja, das wird auf jeden Fall hier aufgegessen werden. So, dann kommen wir zu einem Getränk. Ach so, nee. Entweder hat man ein biofusales Sirup mit dabei, was ich auch ganz interessant gefunden hätte. Oder authentisch mexikanische Tortillas. Das ist abgefahren, Leute. Denn ich kenne die ja wirklich irgendwie... Die sind bis Dezember diesen Jahres haltbar. Ich kenne die eigentlich eher so... Als Chips, bin ich ehrlich. Also, meist Tortillas. Zehn Stück sind hier drin. Ähm, genau. Und ich denke, mein Freund und ich werden hier mal dann wirklich auch Tortillas machen. Ich habe keine Ahnung, wie man das genau macht. Hier steht bestimmt auch irgendwas mit dabei, oder? Ähm, das kann man hier als Enchiladas, Tacos, Flautas, Quesadillas, Burritos und mehr verwenden. Mal gucken. Das hört sich auf jeden Fall sehr, sehr lecker an. Und das passt. Also, zum Motto passt es auf jeden Fall. Finde ich echt cool. Ähm, dann habe ich hier noch was mit drin. Und zwar von Biodo. Äh, Pesto Rosso. Das ist super. Mein Freund ist gar kein grünes Pesto. Das heißt, wenn ich grünes Pesto irgendwo drin habe, bin ich da alleine mit. Aber rotes Pesto ist der auf jeden Fall. Das heißt, wenn man dann einfach mal keine Zeit hat, groß zu kochen oder so, ein paar Nudeln machen und das einfach drüber, dann kommt das ganz gut. Finde ich praktisch. Also, sowas kann man auch im Sommer sehr, sehr gut gebrauchen. Weil das ist halt keine schwere, heiße Soße, sondern einfach so ein bisschen... Es fühlt sich leichter auch im Magen an, finde ich, ne? Dann habe ich hier was drin. Glow Kitchen Enjoy Naturally Banana Bread Natur mit 30% Banane in Mini. Das ist echt süß. 52% weniger Zucker als herkömmlicher Rührkuchen. Aha. Da bin ich ja mal gespannt drauf. Das werde ich morgen Nachmittag mal ausprobieren. Wie ich das so mag. Hört sich echt spannend an. Banane ist bei uns eh... Geht, äh... Also, so viele Bananen wie bei uns durchgehen. Weil mein Sohn Julius 1,5, ne? Der atmet die ein. Das ist unglaublich. Bananen sind voll sein Ding. Ähm, ich weiß nicht, ob der schon sowas probieren darf. Vielleicht eine kleine, ein kleines bisschen davon, ne? Aber ansonsten ist das halt was für mich. Das finde ich auch schön, wenn man einfach zwischendrin so einen Energiekick braucht. Ich habe das manchmal, das ist dann meistens nachmittags, dass ich dann halt so einen Zuckertief habe. Das ist ja normal, ne? Und, äh, dann brauche ich irgendwas, um das Ganze wieder anzukurbeln. Und ja, das waren jetzt einmal die Produkte. Ich habe hier noch ein paar Flyer drin und, ähm, Anwendungshinweise, wie man die Box weiterverwenden kann. Und wie man das Pesto Rosso in einer Gemüsepfanne verwenden kann. Das finde ich auch schön. War ein bisschen was anderes als nur in Nudeln, ne? Und dann haben wir auch noch den Ausblick für August. Da gucken wir mal, was die sich da überlegt haben. Stell dir vor, der Sommer müsste nie enden. Warme Tage voller Aktivitäten, Spaß und Entspannung pur. Ob unterwegs oder zu Hause im Kühlen. Die letzten Züge der schönsten Jahreszeit müssen ausgekostet werden. Wir wollen mit dir die Liebe zur heißesten Saison feiern und überraschen dich in der kommenden Trendbox mit den Top-Produkten im August, die dir garantiert ein letztes sonniges Feeling bescheren. Endless Summer überall, wo du bist. Ab dem 1.8. erhältlich im Trend Trader Online Shop. Ja, also, ähm, ich hoffe aber tatsächlich, dass der Sommer noch länger als nur August anhält, ne? Klar, Hochsommer, Juli, August, macht Sinn. Aber gerne noch länger. Ja, ähm, ihr Lieben, also das ist jetzt einmal die Box gewesen. Und ich finde, dass wir auch eine echt gute Füllung drin haben. Ich mag es, dass wir auch viel mehr coole, unterschiedliche, dekorative, ähm, ja, dekorative und pflegende Kosmetik drin haben. Und nicht ein Sack teures Produkt, um das mal so zu sagen. Das finde ich, ne, schöner, wenn man halt verschiedene Produkte drin hat, dass man halt sagen kann, okay, wenn das eine vielleicht nichts für einen ist, kann man das andere verwenden. Ist immer mehr so mein Vibe. Und, äh, ja, die, die, also, die Lebensmittel finde ich einfach abgefahren. Da hätte ich im Laden nie zugegriffen. Bin ich ehrlich zu keinem einzigen davon. Aber jetzt habe ich es hier. Und das wird alles ausprobiert, ne? Ihr Lieben, vielen, vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Und, ähm, ja, dann wäre es das hier schon wieder gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen dein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.